Sie brauchen schnellstmöglich neue Möbel? Dann steigen Sie ein zu einer Reise durch Ihr persönliches Möbelhaus. Bei uns finden Sie alles rund um schöner Wohnen. Und wir meinen auch wirklich alles. Auf 30.000 Quadratmeter haben wir die neuesten Möbel und Trends für Sie zusammengestellt. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, welches bereits in fünfter Generation die Wohnträume für Sie verwirklicht. Mittlerweile seit über 130 Jahren. Das Verkaufsortiment von uns umfasst Qualitätsmöbel für alle Wohnbereiche. Vom Schlafzimmer über Küchen- und Esszimmer, Badezimmer bis hin zu unserer wunderschönen Boutique und viele mehr. Bei uns finden Sie eine große Auswahl für Ihre vier Wände. Ihr ganz persönliches Wohlfühlerlebnis. Wie erreichen wir das? Durch unser Team. Ob im Verkauf, in der Verwaltung, im modernen Hochregallager bis hin zu unseren Auslieferungsteams. Denn nur wenn alle zusammenarbeiten, können wir für Sie ein Wohnwohlfühlerlebnis schaffen. Das läuft bei uns so. Um 7 werden die Lkw mit ihren neuen Möbeln beladen. Und das sind richtig viele Lkw. In unserem Hochregallager haben wir vieles vorrätig und können somit schnell Ihre Wünsche bearbeiten. Unsere Mitarbeiter sind somit immer auch Ihr Wunscherfüller. Wie zum Beispiel unser Hochregalspezialist. Und dann geht es auch schon los zu Ihrem Zuhause. Im Möbelhaus wird währenddessen fleißig an Ihren Wünschen weitergearbeitet. Wir dekorieren, beraten und machen Ihren Einkaufstag zu einem Erlebnistag. Ob persönliche oder telefonische Beratung, Lieferung und Montage, Kundenservice oder Finanzierung. Möbel Bernskötter in Mühlheim an der Ruhr. Wir lassen Sie nicht alleine und sind immer für Sie da. Mehr auch online auf möbel-bernskötter.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017